Yo Leute, das ist ein funny Twitch-Diss-Track. Kein Prozent ernst gemeint. Heyo Monte, verpiss dich aus dem Internet. Ergatt dir nicht, wenn du verschwindest. Gibt es einen Satz für dich, ich grüße Tommy. Hey Tommy. Du Knozia, scheiße, willkommen. Ich rede von deinem Behinderd. Du weißt immerhin bei den Zuschauern so nett. Und hast es mit der Post versendet. Der tut sich aus wie die Kreuzung. Zwischendammt die Drohung und einem Fisch, dass du der König des Internets bist. Und wahrscheinlich höchstens als Nien jetzt. Falls du wieder ausrasten solltest, lass das lieber Karte machen. Denn am Ende passen 10 Chimbrillen auf diese fette Nase. Dabei kann dann auch 500 Peer sich tragen. Und es wäre dann auch Platz für einen Pflegsbus vorhanden. Im zweiten Paar kommen Sascha und Nico. Und vielleicht an Seitenliefern sie durch. Oh no! Twitch ist eine Heile, weil fast ohne Toxic. Dann komme ich und verbreite Blut um den Derm. Auf alle Twitchs zu trickter. Wie ekel dich. Kevin ist get the trigger, bitch. Ey yo Kevin, was willst du bitte machen? Willst du reden über Danny von Grafen? Dass lieber Trimax ein Rapper machen. Der Rese von Clash auf Clanser, was zu sagen. Guckt euch doch mal Sascha an. Der Lauf mit den Überdimensionalen Nasenlöchern. Einer Nasenloch ist der Film von der Mungas. Anderer ein schwarzes Loch. Der Wunder, dass er sich alles möglich hört. Aus der Nase ziehen kann. Um die Sache mit dem Rauchen zu verschleiern. Da hörst du doch die Nasenlöchern. Nico, das ist Ramanake. Okay, ich sehe, was der Elena hat. Alle Nasses getonten zum Flieger, Bordeuja. Da schaut der Lazo ganz schön blöd. Dass noch jemand Griechen spricht. Tomfax, ich kann es besser als du. Und habe es nicht im Ansatz gelernt. Drei Jahre im Land, wenn die geht ab nach Deutschland. Und mach jetzt 90% der Rapper-Plats. Brüht sie doch alle ran, ich habe keine Angst. Lade ich um die Uhr, be-Rat. Das macht mich an der Lando-Om. Twitch ist eine Heide-Welt, fast ohne Top-Stick. Da komme ich und verbreite nur Dunkel-Därm. Auf alle Tricks, so Trader wie Ekel nicht. Kevin ist getrigger, bitch. Hey, oh Kevin, was würdest du bitte machen? Wenn sie wieder über Denny's Cock rappen. Lass lieber Trimax und Rapper machen. Der Rete vor Clash, um Clanser was zu sagen. Ich hab Lust.